Ja, wir haben uns gerade eine Session gegeben zum Thema Twitter. Würdest du da irgendwelche Informationen für dich rausnehmen, dass du sagst, hey, jetzt ist Twitter auch ein Mittel, das ich einsetzen möchte? Ja, ich habe ja Twitter jetzt erstmal überhaupt kennengelernt. Das heißt, ich wusste vorher, dass es das gab, genauso wie andere Dinge wie Facebook, WhatsApp usw. Und habe jetzt erstmalig festgestellt, dass mir das in meinem Lernen tatsächlich eine ganze Menge bringen kann, wenn ich bestimmte Dinge, die ich mir selber merken möchte, relativ kurz zusammengefasst auf Twitter zum Beispiel posten kann. Okay, ich habe jetzt ja nur meinen Standpunkt zu Twitter kurz geäußert. Was sagst du dazu? Ja, also ich sehe in Twitter eine Möglichkeit, bestimmte Dinge kundzutun, vor allem auf eine Art und Weise, die es dann doch tiefer verinnerlicht. Ich befasse mich mit einmal mit der Materie, wie ich es vielleicht vorher noch nicht gemacht habe. Ich schreibe es hinaus und ich will jetzt einfach mal sehen, wie es sich in der Praxis letztendlich bewährt. Und ich will jetzt nochmal sehen, was ich bin jetzt ein bisschen ab, dass es jetzt ganz weg nuevos ist. Vielen Dank.